Ich glaube, vom Falten hier in Wien jedes Jahr feiern. Ich weiß nicht, was für Actions in Vorhosen ist. Dann gibt es die Falten-Convention und so weiter und so fort. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid und den Einzelnen noch mal hochlegen müsst. Mit dem ich ja auch die Freude gehabt habe, um die Ehre und das Glück zusammenarbeiten zu dürfen. Jetzt haben wir uns überlegt. Wir haben es schon noch nie spült. Wir haben uns in der Trobe kurz zusammengesetzt und ich habe gedacht, für alle hier und natürlich für die Falco-Fans kennt man doch irgendein Lied von Hans probieren. Das ist quasi sehr schön. Voriges Jahr habe ich zwei liebe Menschen kennengelernt. Die haben ein Projekt, das nennt sich Falco Electric. Das ist die Alexis und Theresa aus London. Eine Dame, die Falco singt, das gibt's nicht so oft. Da haben wir uns gedacht, da werde ich Alexis doch auf die Tune bringen. Ja! Das ist die Lied! Das ist super! Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.